Hallo, mein Name ist Britta Ösen-Kleiner. Ich stehe heute hier stellvertretend auch für Sona Ösen und Francesca Brill. Wir alle gehören dem Lehrstuhl für klassische Archäologie an der Universität des Saarlandes an. Ich befinde mich gerade in unserer Gipsabguss-Sammlung, in der bedeutende Skulpturen der griechischen und römischen Antike aus ganz unterschiedlichen europäischen Museen an einem Ort vereinigt sind. Solche Sammlungen dienen der Ausbildung Studierender, gleichzeitig werden sie aber auch von Schulklassen oder interessierten Laien genutzt. Wir nehmen am Kultur-Hackathon zunächst mit vier 3D-Modellen von solchen Abgüssen teil. Leider sind es noch nicht mehr, da die Sammlung derzeit aufgrund der Corona-Krise geschlossen ist. Diese Modelle liegen auf dem Coding DaVinci-Server und sind dort in verschiedenen 3D-Formaten hinterlegt. Wir würden uns riesig freuen, wenn ihr uns helfen würdet, auf kreative, witzige Art und Weise diese Sammlung für eine breite Öffentlichkeit virtuell zugänglich zu machen. Ich freue mich auf euch. Bis dann. Tschüss! So! 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 Vielen Dank.